Musik So, hallo Freunde und willkommen zurück zu Feed the Beast Infinity. Wir fliegen jetzt richtig straight hier auf den Ender Dragon zu. Nein, nicht auf den Ender Dragon, sondern auf den Chaos Guardian, der hier hoffentlich irgendwo ist. Huch, ist hier kein Chaos Guardian. Ahem, habe ich, habe ich gefällt? Spawnt er hier nicht? Hm? Ahem. Ah, doch, 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 es spawnt gerade. Ah, what? Warum spawnt jetzt alles hier auf einmal? Die Insel muss hier erst noch hinspawnen anscheinend. Oh Gott, wo ist der Drache, wo ist der Drache, wo ist der Drache? Hier ist alles voll mit diesem... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, die sind ja in... Was? Die sind ja voll gut geschützt und ich muss Rapid Fire. Ah, 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 ah. Aua. Macht der mir Schaden? Boah, wie schnell der ist. Guck doch mal, wie schnell der ist. Das ist unnormal. Scheiße, warum stelle ich das denn auf Sharp Shooter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war... Weißt du, ich dachte eben irgendwie, es geht eigentlich noch gar nicht los und jetzt... Oh Gott, sowas, ey. Na, 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 na. Mann, Mann, Mann. Oh shit, ey. Was ist das denn für ein Viech? Unnormal. Aua. Ja, ist gut. Aua. Ey, scheiß Sharp Shooter Modus. Oder kann ich damit durch die Blöcke durchschießen? Ja, ne, kann ich auch nicht. Dann muss ich im Endeffekt im Rapid Fire bleiben. Was nur halt super unangenehm ist, weil ich dann nicht Shift drücken kann, weil ich dann mit dem Modus wechsle. So wie jetzt schon wieder. Ah. Aua, ey, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Komm, geh erstmal sterben hier. Mann, 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 Mann. Wo viele Türme hier auch sind. Unnormal viele Türme. Ach. Komm. Geh down. Leute, er macht die Wände, er ist selber kaputt. Ist ja geil. Ist ja mega geil. Bam. Ey, ey, ey. Oh, lass mich in Ruhe. Aua. Ich muss eigentlich mal so versuchen, auf einer Höhe zu bleiben und auf der dann einfach nur noch rumfliegen. Nicht immer Shift drücken und alles. Aua, aua, aua. Hä, schießt er überhaupt Pfeile? Ja, jetzt schießt er Pfeile. Mann, Mann, Mann. Boah, wie der mich wegkickt. Ah, ah, ah. Regenerieren sich diese Turmteile oder was? Alter. Ich muss doch so langsam mal hier alle. Hä? Ja, und er ist down. Die sind alle down. Hier ist noch so ein innerer Kreis. Ja, das ist so ein normaler Kreis eigentlich, wie von einem normalen Enderdragon. Und die außen sind alle noch so, noch mal so mega riesig. Ach, na, nicht durch die... Ach, schießt doch nicht in die Wolken rein. Ach, ja, er ist down. Nein. Ach Gott. Sharp Shooter. Ja, und sogar getroffen. Ja, ja, ja. Zack. Hä? Hä? Das war's, ne? Oder? Kriegt er von irgendwo Leben? Boah, lass mich doch mal in Ruhe. Und jetzt aber hier. Ja, haha. Boah, wie ich ihm Damage mache. Wie ich ihm gebe. Er gibt mir gar nicht. Ha. Nice. Aber er fliegt viel zu schnell. Alter. Leil, was? Guck mal, wie er mich hochkickt. Hä? Er kickt mich. Er hat mich gerade irgendwie 100 Blöcke oder so hochgekickt. Unnormal. Komm. Ja. Hä? Warum kriege ich denn gar keinen Schaden? Soll ich ihn doch mal mit dem Bogen abschießen wieder? Huah. Ah. Ach, da, 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 da. Hä? Wo ist er denn? Da. Na, ah, ah. Ja, einfach, komm. Einfach ihr Pfeile spammen ist, glaube ich, das Beste, oder? Noch besser als mit dem Stab. Bam, 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 bam. Das geht gut. Der setzt auch immer die ganze Zeit... Hä? Hä, der fliegt immer über mich drüber. Was ist los mit ihm? Hä? Und bam, bam, bam. Ja, 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 aber ich muss die Herzen bekommen, deswegen, äh, da ist gerade noch irgendwas anderes runtergefallen, Draconium-Zeug und so, aber ich will auf jeden Fall die Herzen haben, und deswegen bleiben wir einmal gerade hier oben. Herzi, 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 ja, aber der ging ja, pö, verdächtig einfach, ne, muss ich irgendwie sagen. Ja, gut, hab ich gesagt, dass unsere Rüstung vielleicht ein bisschen stark sein könnte, oder unser Bogen vielleicht ein bisschen krass ist. Ja, der war easy. Easy peasy. Schmiesi. Gut. So, kann ich bitte die Herzen haben? Können wir uns noch mehr Draconium-Zeug machen, zum Beispiel die drakonische Hacke, die wir noch brauchen. Hab ich eigentlich die Diamond Hoe hier noch irgendwo? Jo, genau, dann wollen wir uns noch eine drakonische Hoe machen. So, Herzen, komm, go, go, fall runter, bitte, 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 haben wir überhaupt ein Leben verloren, irgendwie ein halbes Rüstung oder ein halbes Leben oder so, ich glaube nicht, ne, wir sind irgendwie leicht, oh, zwei Herzen, sehr schön, wir sind irgendwie ein bisschen stark, behaupte ich mal, ähm, das hier stört mich ein bisschen, ich reiß mal hier die ganze Wolke weg, damit ich nicht hier in den Wolken irgendwie drin rumfliegen muss und da drin nach dem Loot suchen muss, deswegen mach ich die einmal hier gerade so komplett weg, die hier auch, na komm, so, und hier unten haben wir jetzt den ganzen Stuff rumliegen, ja, ein bisschen drakonischen Dust und so, pfff. Joa, oh, was ist das denn, Ender Hive? Achso, von Forestry, ach, da ist wieder irgendwas mit der Bienenkacke hier, ach, nein, man, da hab ich keinen Bock drauf, auf die Kacke. Hier steht noch so ein Teil, alter, die wollen mich doch verarschen mit so einem Bienenschrott hier, ne? Ja, aber falls ich noch mehr Endstone brauche oder so, hier ist auch noch mehr Endstone, Obsidian gibt's hier und so, und sieht eigentlich voll cool aus hier, muss ich sagen, also, finde ich so vom Aufbau her, finde ich das eigentlich voll cool, mit, mit den Blöcken so verteilt, so alle nach oben, finde ich ehrlich gesagt cooler als die Original. Ey, willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Hä? Coole als die Original-Enderspawn-Welt, so tatsächlich, äh, Ende-Welt, so, ja, genau. Ist der da down? Wirklich? Oh ja. Ja gut, ähm, ja, dann geh ich mal hier durch das Portal, ne, oder? Ja, bricht alles ab, nein, ich hoffe, dass nichts kaputt geht. Kann man wahrscheinlich ja einfach so, sind wir jetzt wieder bei unserer, ja. Ja, das war, bff, easy, easy peasy. Könnten theoretisch jetzt noch einen machen, aber, äh, hm. Joa, also wir brauchen die Herzen jetzt ja auch irgendwie nicht mehr unbedingt, ne. Ähm, also wir kriegen damit, ähm, die drakonischen Ingots und Usages von denen. Joa, also die hauen ja gut, die Axt können wir uns machen, ja, pff, eigentlich überflüssig. Könnte man machen, aber eigentlich überflüssig. Wir könnten uns natürlich mit den drakonischen Blöcken einfach, äh, unser Haus zusammenbauen, ne. Ähm, den Energy Core, das wäre was, was man noch machen könnte. Wir werden ihn zwar normalerweise auch nicht brauchen, aber das wäre irgendwie noch, noch halbwegs sinnvoll. Aber ansonsten, pff, war es das eigentlich? Schade. Hm, wäre cool, wenn da jetzt noch so, wir haben ja auch irgendwie noch 15, hä? Wir haben doch noch total viele. Warum konnte ich jetzt die Ho dann nicht machen? Ach, fehlten mir da schon wieder die Wither-Sachen, fehlten mir da, oder was? Hä, ich habe 19 Wither-Skeletten-Skulls. Da kriegen wir die Ho doch jetzt gerade noch hin, diese Folge, oder? Da hätte ich doch eigentlich jetzt kein Problem, oder? Draconic Ho. So, dafür brauchen wir Energy Core und Awakened Core. Energy Core. Und dafür, achso. Also so, Energy, na. E-ner-gy, äh, Energy Core. So, jetzt aber. Ja, perfekt. Da haben wir den noch schon. Und jetzt noch den Awakened. Ne, Awakened, so. Dafür haben wir wahrscheinlich, genau, da fehlt uns ein Nethercube. Ja, komm, den machen wir doch gerade mal flott. Den könnte man sogar von Hand killen eigentlich, oder? Ich fände es interessant, diesen Grinder mal nicht zu benutzen, sondern das von Hand zu machen. Wie fändet ihr das so, hm? So mal nur so zu gucken, wie stark so unsere Rüstung und wie stark so unsere Waffen sind, so. Wenn man das mal vergleicht. Und da kann man das ja so vergleichen mit dem ersten Kampf, den wir gemacht haben, so, ne? Könnte man ja machen, so, falls man das möchte. Ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Ich setze den hier jetzt mal irgendwo hin und dann gucken wir uns das mal einfach an. Das Elend. Ich behaupte mal, dass wir den jetzt relativ leicht kaputt kriegen. Können gerade mal vorher noch was futtern. Om nom 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 nom. Ein paar Karotten zum Frühstück. So. Schießen wir den einfach mit Rapid Fire kaputt? Ja. So. Auf geht's. Bam 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 bam. Ja, macht doch so ein bisschen Schaden, macht er. Also so ein bisschen Umgebungsschaden. Er ist nicht ganz instant down, aber... Ja, irgendwie treffen auch die Pfeile halt nicht, obwohl er ja eigentlich die ganze Zeit Pfeile voll ins Gesicht bekommt, was ein bisschen komisch ist. Kann auch so drauf hauen. Ja, komm, ist gut jetzt. Ja, so. Ja. Ging ganz gut, ne? Muss ich so sagen. Würde ich so sagen. Ja. Aber irgendwie haben wir keinen Nethercube bekommen, oder? Oder wo liegt... Ach da, hier. Oha. Liegt da so voll im Feuer drin. Äh. Nom 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 nom. Schnell retten. Aber waren ja nur so Feuerpfeile. Die zünden ja nicht wirklich die Umgebung an. Okay, schön. Jetzt haben wir den Nethercube auch noch. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr, diese blöden Sittles. Ich weiß noch am Anfang, wie ich da so... Ah, wir brauchen diese Sittles und... Oh, die sind so schwer zu kriegen. Und jem, 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 jem. Und jetzt ist es total einfach. Gut, machen wir noch ein Awakened Core. Und wenn der fertig ist, aus irgendeinem Grund zieht er nämlich die Sachen hier nicht rein. Usages. Ja, reinziehen. Macht er irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Deswegen machen wir es einmal gerade von Hand. Äh. Energy. Core. So. Ach, das geht nicht, weil die Hole schon einmal benutzt wurde, oder was? Boah, das ist ja eine Diamantenverschwendung. Meine Güte, doch. Das ist ja ganz schön schick. Ganz schön schick ist das. So. Ähm. Ach so. Usages. So, jetzt aber. Hä? Nein. Ja, die da. So, also, ja. Jetzt haben wir eine Draconic Hole. Hat die auch. Ja, die hat auch Energie. War ja auch nicht unerwartet. Ja, und die Diamond Hole. Können wir damit irgendwie was anfangen? Können wir die entwerten, oder so? Äh. In der Pulsjet von zwei Diamanten. Da ist mir das Pulsjet-Fuel ja zu viel wert. Da tue ich ja lieber dann das weg und alles ist gut. So. Äh. Was kann man denn mit der Hole jetzt eigentlich Schönes machen? Irgendwer hätte gesagt, man kann da irgendwie Erde mit hinsetzen, oder so. Ja, so geht es gerade irgendwie nicht. Ich gehe nämlich eigentlich davon aus, dass man damit einfach so, ja, ne? Einen großen Bereich halt, so. Wenn man das mal machen möchte. So. Das geht halt ganz gut. Aber sonst effektiv können tut die nichts. Oder er macht jetzt keinen Schaden, oder so. Ähm. Entire areas can be tied and placed in this thing. Oh, placed auch. Ah, okay. Also man kann auch ganz viele Sachen einmal dann auf einmal so hinsetzen dann. Ja, gut. Ja. Brr. Wer es braucht. Ne? Ich lasse das jetzt einmal voll aufladen. Dann tun wir es wahrscheinlich hier in unser, in unsere Tour und benutzen es nie wieder. Hm. Äh, ja. Wir könnten mal gucken, was man noch so mit Nethercubes machen kann. Wir haben gerade noch so einen Moment Zeit hier eigentlich. Ähm. Ob wir da noch irgendwas richtig gebrauchen. Wir könnten uns natürlich immer noch ein Beacon machen. Das wäre immer noch sinnvoll. Hier übrigens mal so ein Netherstar Generator. Damit kann man sich ziemlich viel Energie machen mit diesen Nethercubes. Aber da die, äh, Wither, das ist Wither, da das Wither, da das Wither Farming nicht ganz vollautomatisch geht, finde ich das eigentlich nicht gut. Weil das ist dann immer noch was, was wir immer noch händisch so ein bisschen mithelfen müssen. Ähm. Deswegen fand ich das eigentlich ein bisschen blöd. So, man kann ein Key von Runic Dungeons damit machen. Das fand ich sowieso relativ interessant, weil ich mit Runic Dungeons mich eh noch beschäftigen wollte. Hattet ihr auch vorgeschlagen. Oh, und für ein Miniature Black Hole. Ähm. Hä? Warte mal. Ein Miniature Black Hole? Ist Black Hole nicht eigentlich von... Hä? Ist das nicht eigentlich von Thaumcraft? Und Ender Pearl Dust. Können wir einfach eine Ender Perle schmelzen. Hä, was? Okay. Moment mal. Ähm. Oh, mir fällt auch gerade ein, wenn ich den Wither natürlich von Hand kille, dann haben wir natürlich die Chance darauf, dass wir da viel mehr Cubes bekommen, oder? Wegen Looting. Ach, wir hatten ja kein Looting. Doch, wir haben Looting drauf. Stimmt. Habe ich da nicht eigentlich eine Chance, dass ich viel mehr bekomme? Also, also irgendwie bis zu drei Nether Cubes oder so? Ich weiß es nicht genau. Ähm. Ich mach das jetzt einfach wieder automatisch. Passt schon. Das ist mir... Das geht halt schneller. Ist ein bisschen angenehmer und so. Aber irgendwie... Also, ein Teil ist ja auch weg, ne? Ein Blockplacer? Ne, hä? Warte mal. Der Blockplacer hat hier doch sowieso gar nichts zu... Ach, doch. Da fehlen zwei Blockplacer. Der Wither hat die Blockplacer weggehauen. Ach. Der Saudi. Der eine, der uns einmal so ein bisschen ausgebrochen ist, sozusagen. Okay. Blockplacer. Ach so. Einen haben wir hier noch. Perfekt. Und dann können wir mit dem... Ja, direkt das Rezept angucken. Ja, perfekt. Das ging schön schnell. So muss das sein. Okay. So. Dann. Zack. Und... Ja, toll. Jetzt müssen wir die echt andersrum setzen. Oh Gott. So. Na komm. Lass dich da hinsetzen. Du dich da hinsetzen. Da hin. Da hin. Das weg. Das weg. Und jetzt Blockplacer. So und so. So. Das müsste jetzt aber passen. Okay. Die weg. Die weg. Und... Hier so ein bisschen aufteilen. So. Ach, hier war eh noch was drin. Egal. So. Und die Köpfe aufteilen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. 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 Und jetzt können wir hier ein bisschen Spawning betreiben. Zack. Sweet. So. Hat er auch genug Energie und alles. Nicht, dass jetzt hier alles in die Hose geht. Kann ich den gar nicht anklicken. Aber doch. Ja. Also ist voll. Müsste eigentlich so passen. Und gehen. Und... Bumm. Ja. Das ist, wie gesagt, einfach bequemer. So. Da ist der Cube. Danke. Na. Lass mich raus hier. So. Ja. Ein bisschen Platz haben wir noch. Lass ich dir jetzt alle fünf? Ne. Ich mach jetzt nicht alle fünf, Leute. Wir brauchen sie einfach nicht. Deswegen. Passt schon nicht. Mich interessiert jetzt das mit dem Black Hole gerade eigentlich mehr. Ähm. So. Also. Das weg. Das weg. Das weg. So, 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 so. Miniature Black Hole. Also ein Miniatur-Schwarzes Loch. Kann ich irgendwie nicht benutzen. Hä? Portalgun. Usages davon. Ach, damit kann ich mir eine Portalgun cracken. Ah. Ich dachte, das wäre hier dieses Schwarze Loch von Thaumcraft. Jetzt so ein Äquivalent oder so. Ja gut. Dann machen wir uns halt eine Portalgun, ne? Können auch Portal-Spawner machen damit. Ich mach mal direkt eine Gun, ne? So. Dann haben wir die auch einmal hinter uns. Ich hatte ja den Mod sowieso irgendwann hinzugefügt, sobald es den dann für die 1.7 gab. Äh. Auch wenn wir ihn eigentlich nicht so richtig brauchen. Ähm. Ja. Weil wir haben ja hier was viel besseres sozusagen. Ähm. Ja. Aber. Ist halt. Recht. Cool so. Portalgun-Mod halt. Toll. Ja. Ähm. Ne. Kann man schon ein bisschen Spaß mit... Ah. Jetzt bin ich da leider genau unter der Säule. Ähm. Aber brauchen tun wir im Endeffekt nicht. Also ich kann die Portals hier hinmachen, so aus Deko-Zwecken. Äh. Ja. Gut. Können ja mal ins Inventar tun. Vielleicht gibt es ja irgendeine Situation, wo wir ihn doch brauchen. Wobei. Oh. Kann man dann Blöcke umsetzen? Das fand ich immer noch interessant. Ja. Das ist interessant. Das kann ich gebrauchen. Ah. Das ist gut. Dann hat die Portalgun sogar einen Nutzen für uns. Wuh. Das ist ja hervorragend. Also wir können damit halt Blöcke nehmen auf Gewa, das jetzt und die umsetzen. Das geht fast mit allen Blöcken. Ähm. Sowas natürlich jetzt nicht. Vorführeffekt. Also mit allen normalen Baublöcken. Ne. Viele Mods sind damit natürlich nicht kompatibel. Also auch hier geht es jetzt zum Beispiel nicht. Ähm. Hier auch nicht. Äh. Aber so halt bei normalen... Marble geht auch nicht. Ah doch. Wollte gerade sagen. Ach so. Manchmal muss man vielleicht auch nur näher dran. Ist manchmal auch ein bisschen lästig, das passend hinzusetzen. Aber. Naja. Ja. Sowas geht nicht. Okay. Ähm. Warum haben wir eigentlich so wenig Leben? Fällt mir gerade so auf. Ist das schon wieder irgendwie buggy? Also. Wir haben jetzt nicht so wenig Leben, aber... Ist halt nicht durchgehend gelb, ne? Das wundert mich einfach gerade so ein bisschen. Jetzt füllt es sich wieder auf. Komisch. Äh. Wäre schön, wenn ihr das im Video seht, äh. Wodurch es runtergegangen ist ursprünglich, weil... Also vom Wither eigentlich nicht, oder? Oder doch? Hatte der Wither uns fast getötet? Was? Weiß ich nicht. Könnte sein. Ich hoffe natürlich nicht. Habe ich nicht so genau drauf geachtet, ehrlich gesagt. Äh. 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 Naja, komisch. Okay. Ähm. Was können wir noch so mit Nethercubes machen? Äh. Einen haben wir da jetzt dann noch rumliegen. Und, äh. Das sind natürlich tendenziell immer coole Sachen sozusagen. Oder Sachen, mit denen man jetzt auch noch was anfangen kann. Wie gesagt, ein Beacon können wir natürlich machen. Ja, komm. Lass uns erstmal ein Beacon raushauen gerade. Ähm. So. So. Machen wir erstmal ein Beacon. Genau. Aber was hätte man denn sonst noch machen können mit den Nethercubes? Ähm. Die Sachen hier hatten wir eben schon. Oh. Containment Fields. Okay. Ich glaube, das sind so Gravitationsfelder oder so Energiefelder oder sowas. Rotary Craft hat auch einen eigenen Chunkloader. Quantumkerne. Und hier sieht man auch schon wieder sehr gut, äh, ne? Rotary Craft so von der Schwierigkeit her, um einen Chunkloader zu haben, braucht man halt erstmal Bedrock. Dafür brauchst du einen Bedrockbreaker. Dafür brauchst du Maschinen, die dir genug dafür machen, etc. Und brauchst halt einfach mal zwei Nethercubes. So im Vergleich zu so einem stinknormalen Chunkloader, wie ihn jeder kennt. So. What the fuck, Rotary Craft. What the fuck. Und der braucht auch noch zwei Megagard pro Sekunde. Meine Fresse. Oh Mann, ey. Player Interface. Distortion Flame. Porter Spawner. Oh, das Player Interface ist, glaube ich, sogar relativ interessant. Ähm. Damit könnte man Sachen direkt immer ins Inventar, äh, reintun und rausholen und sowas. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das könnten wir noch machen. Ähm. Porter Spawner sagt mir überhaupt nichts. Klingt aber interessant. Werde ich mal nachgucken, was ein Porter Spawner macht. Ja, Angel Wings brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Deficiency Essence. Brr. Nile Katalyst. Brr. Okay. Ne, also wirklich interessant fand ich jetzt eigentlich nur noch hier die Sachen für Runic Dungeons. Vielleicht kann man mit diesem Key überall rein oder so, könnte ich mir vorstellen. Und ich fand interessant das Player Interface und den Porter Spawner. Werde ich mal nachgucken, was das ist. Okay, Freunde. Das wäre es für die heutige Folge. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass der Dragon irgendwie so leicht war. Aber durch irgendwas haben wir ja viel Leben verloren. Ich werde gleich mal gucken, ob das durch den Wither war und ob das knapp war. Weiß ich gerade gar nicht. Ähm. Habe ich schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Und dann sehen wir uns ganz normal. Wie immer, schönen Morgen zur nächsten Folge. Tschüss.